Guten Tag, Jenny Schönfett, mein Name. Und zwar den Herrn Degritschow möchte ich gerne sprechen, bitte. Er ist am Telefon. Was kann ich denn tun für Sie, bitte? Schön, dass ich Sie persönlich erreiche. Und zwar, ich melde mich heute im Auftrag der Redaktion, Herr Degritschow. Der was, bitte? Ich melde mich heute im Auftrag der Redaktion, da wir aktuell eine Umfrage durchführen mit dem Thema Wohlstand und Rente in Deutschland. Aha, ja. Und die Umfrage besteht aus drei kurzen Fragen, geht auch recht schnell. Es gibt auch ein kleines Dankeschön für Ihre Teilnahme und darunter schützen Sie uns doch sicherlich auch, oder? Ja, ich liege mit einem kaputten Fuß daheim. Ich habe nicht allzu viel zu tun gerade, da freue ich mich. Da können wir das gerne machen. Was möchten Sie denn gerne wissen? Aber ich höre Sie sehr schlecht, als wäre das von weit weg. Ist das jetzt besser? Ja, das ist viel, viel besser. Ja, ich habe, es ist so ein Freisprechding, das hat mir mein Enkel neulich eingerichtet, das funktioniert scheinbar noch nicht ganz so gut. Doch, doch, ich höre Sie schon viel besser. Ach so, gut. Genau. Und ich will Ihnen ja nicht zur Last fallen, ne? Ja, kein Problem. Und so, Herr Degritschow, dann, also es geht um die Rente, besser Bescheid wissen, um die Lesebefragung auch leicht auswählen. Jetzt können wir in den Gesprächen hier nochmals aufgezeichnet. Das ist doch sicherlich auch in Ordnung für Sie, oder? In den Statistiken. Sag mal, wenn Sie da nichts gegen haben, stört es mich auch nicht. Okay, dann legen wir mal los. Und so, Herr Degritschow, glauben Sie, dass die Rente im Alter ausreichen wird? Nein. Oder reicht es Ihnen momentan? Nein, 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 nein. Wenn es jetzt nicht so persönlich ist, was bekommen Sie denn als Rentner? Also viel weniger als 1.000, oder? Na, sag mal, ich habe, sag ich mal, das ganze Leben lang selbstständig gearbeitet, also ich kriege das, was ich mir selber angespart habe. Aber ich weiß halt aus der Familie, dass das halt, sag ich mal, eventuell Existenzminimum deckend halt ist, ne? Ah, okay. Also es ist zu wenig, definitiv. Man ist gezwungen, sag mal, selber was zu machen. Obwohl man so arbeitet. Es gibt ja auch viele Rentner und Rentnerinnen, die immer noch arbeiten müssen. Ja, ja, das meine ich ja damit. Genau. Also ich habe hier drei Begriffe, also einmal 1.500 Euro, 2.000 Euro, 2.000 Euro, das bedeutet ich über 2.000 Euro. Na, durch die Selbstvorsorge bin ich so über 2 drüber, ne? Aber da hat der Vater Staat nichts mit zu tun, ne? Ja, aber so allgemein, denken Sie, dann auch über 2.000 Euro. Ne, Sie meinen jetzt so auf den Bundesdurchschnitt, meinen Sie? Mhm, genau. Na, dann doch eher ersteres, ne? Dieses 1.500, hatten Sie, glaube ich, gesagt? Mhm, 2.500 Euro. Entschuldigung, 1.500 Euro, 2.000 Euro und deutlich über 2.000 Euro. Ja, dann nehmen wir die 1.500, weil das ist, sag ich mal so zumindest das, was ich jetzt vom Hörensagen kenne, denke ich am realistischsten, ne? Und das würde ausreichen? Nö. Aber das, jetzt jetzt nochmal zum Verständnis, was ausreichend wäre oder was ich meine, was die Leute kriegen, was möchten Sie wissen? Nein, was ausreichen würde, meint ich. Ach so, ausgehend von einer alleinstehenden Person oder wonach wird da gesucht? Ja, dann müssen das ja auf jeden Fall 2.000 schon sein. Ich sage mal, die Miete alleine frisst ja schon ganz viel Lebensmittel und Energie brauchen wir gar nicht von anfangen. Also zwei müssten es mindestens sein. Wobei ich glaube, dass es deutlich weniger ist, was die Leute jetzt bekommen. Ja, stimmt. Und Herr Deckredschow, immer mehr Deutsche werden hier pflegebedürftig. Haben Sie selbst oder einen im Haushalt, dem der Angehörige oder einen anerkannten Pflegegrad von 1 bis 5? Ja, meine Frau hat einen, ne? Okay. So, Herr Deckredschow, als Dankeschön für Ihre Teilnahme an der Umfrage schenkt Ihnen unser Umfragepartner ADM Medienpress Hamburg GmbH in kostenlose 6 Wochen so eine Schnupperleseprobe, damit Sie auch so ein bisschen schnuppern können. Und einen Urlaubsgutschein von Holditour24 in Höhe von 50 Euro, was Sie auch natürlich weiter verschenken können, den Gutschein. Ja. Und ich hoffe, Sie freuen sich auch darüber. Ja, Dankeschön. Super. Dann müsste ich nochmal ganz kurz einen Datenabgleich machen. Sie sind noch in der Kriegstraße 133 in Karlsruhe. Ja, immer noch, immer noch. Ja, wie lautet denn die Postreiz an nochmals? Oh, ich darf sagen, ich habe ein Zahlengedächtnis wie ein Hase. Ich muss gerade nochmal auf den Brief gucken. Okay. Wo habe ich das? Ich komme immer mit den letzten zwei Zahlen durcheinander. Ach, okay. Das hat neulich dafür, da hatte ich Schuhe bestellt für meine Frau. Und die sind doch tatsächlich dann, weil ich habe, wir haben hier einmal, ich bin ja in Karlsruhe, Mühlburg, ne? Und da gibt es auch in der Innenstadt gibt es auch nochmal eine Kriegstraße, die hat aber eine andere Postleitzahl. Ah, okay. Also bei uns ist das 76185. Ich sollte mir das tätowieren lassen. 35 oder 85? Habe ich 35 gesagt, dann meinte ich 85. Ne, Sie haben 85 gesagt deshalb. Ja, die meine ich ja auch, 185. Ach, okay. Jetzt habe ich dir nochmal. Ach. Komm, ich habe jetzt kein Problem. Immer diese Zahlen, das ist schrecklich. Ne, glaube ich Ihnen. Da bin ich ja Urmachermeister im Ruhestand, ne? Ich habe das nie so mit Zahlen gehabt, ne? Ich sehe immer Zahnrädchen und Schräubchen, aber wenn da die ganzen Zahlen dazukommen, das ist ein Trauma. Ja, verstehe ich. So, unser Herr Dekritschow, dann frage ich mal, so was lesen Sie denn aber gerne? Ja, etwas mit Nachrichten, mit Sport, mit Autos. Ach, Nachrichten sind immer so traurig, ne? Am liebsten sind ja immer so was Natur- und Wissenshaft, ne? Vielleicht haben Sie ja der Maulwurf am Morgen, das ist ja mal ein sehr beliebtes. Das habe ich nicht. Ich habe hier einmal die Wirtschaftssuche, halt sowas wirtschaftlich. Ähm, dann habe ich hier einmal Kickcar, Computerbild mit DVD, Bild und Funk habe ich hier, Hör zu, TV hören und sehen. Die Gong habe ich hier, Autobild für Ihre Frau hätte ich da auch noch ein paar Sachen. Oh ja, das ist vielleicht gar nicht verkehrt, weil das jetzt, wenn ich da DVD höre, da sind wir ja schon seit 20 Jahren wieder von weg. Das könnte ich gar nicht abspielen. Okay, ähm, dann hätte ich hier, ähm, soll ich was Beliebteres sagen bei den Frauen? Haben Sie denn, haben Sie das Meersweinchen-Magazin? Nein, so ein Magazin haben wir nicht. Schade. Also ich habe hier einmal Frau mit Herz, Brigitte habe ich hier, für Sie Freundin, die Aktuelle, Frau im Spiegel, das Goldene Blatt, Echo der Frau, Frau Aktuell und Superrelium. Also mein Freund Kai-Uwe sagte neulich, er hätte so gern das Goldene Blatt gehabt. Dann nehmen wir jetzt das, weil ich glaube, das, was Sie da aufgezählt haben, das hat meine Frau alles schon da liegen. Ja, okay, das Goldene Blatt habe ich hier. So, und zwar Herr Tekretzschof, dann mache ich mal weiter, und zwar damit auch alles eine Richtigkeit hat. Fasse ich nochmal alles zusammen und zeichne das Gespräch nochmal kurz auf, damit waren Sie auch einverstanden, sagen Sie. Aha, ja, ja, immer noch, ne? Ja, immer noch, genau. Oh, Gesundheit, Sie hören sich krank an. Ja, ich bin sehr erkältet. Aber was machen Sie denn dann bei der Arbeit? Ja, ich muss verarbeiten. Ja, dann müssen Sie zum Doktor gehen, wenn Sie krank sind. War ich auch, ich war schon eine Woche krank gemeldet. Oha. Ja, aber jetzt muss ich nochmal weitermachen. Das ist nicht gut. Ja, leider. Ja. Aber mir geht es schon besser. Es war schlimmer. Ja, das ist schön, dann will ich gar nicht wissen, wie es da gegangen ist. Nee, nee, nee. Dann bin ich froh, dass Sie wieder gesund sind. Ja. Dankeschön. Und Sie sind ja auch am 16.09.1944. Das stimmt auch, ja? Ja, ja, das ändert sich ja nicht im Lauf des Lebens, ne? Ja. So, Herr Decker-Jobb, bitte bei der Aufzeichnung mir nochmals ganz gut zuhören. Ja. Weil das bekommen Sie, das bekommen Sie als Brief natürlich nochmal. Gut. Und ganz zum Schluss, wenn ich Ihnen auch wiederhören Tschüss sage bei der Aufzeichnung, sagen Sie mir nochmal Tschüss, dann stoppe ich die Aufzeichnung, bleibe aber immer noch dran. Na gut. Also dann lege ich nicht auf. Ja? Und da werde ich Ihnen nochmal die Postleitzahl und den Ortsteil nochmal fragen. Also wenn Sie das Brief nehmen können. Ja. Ja, soll auf der Seite bleiben. Ja, ja, das ist gut, dass Sie das sagen, ne? Dann kann ich das nochmal vorbereiten. Genau, deshalb. Ja. Es ist gut, dass Sie mitdenken, davon bräuchten wir mehr Menschen im Land. Ja, gerne. Immer wieder gerne, sonst müssen Sie jetzt nochmal schnell Ruhe und nochmal nochmal. Soll ja nicht in Stress ausatmen. Genau, ja, ich möchte Sie auch nicht in Stress hier jetzt mitnehmen, dass wir das in Ruhe machen können. Ja. So, sind Sie bereit? Bitte? Sind Sie auch bereit? Natürlich. Super, weil da werde ich auch nochmal die Telefonnummer Ihnen fragen, ob Sie meine Telefonnummer sehen. Können Sie sie sehen? Nee. Wie soll ich denn Ihre Telefonnummer sehen? Ach, können Sie die nicht sehen? Okay. Wie denn? Wie soll ich das denn machen? Okay, kein Problem. Ich werde das bei der Aufzeichnung Ihnen nochmal fragen. Dann sagen Sie mir einfach nein. Nein, dann werde ich die Nummer Ihnen sagen, ja? Und das bekommen Sie dann aber auch postalisch. Das habe ich jetzt nicht verstanden, was das damit auf sich hat. Ob Sie halt meine Telefonnummer sehen, das ist ja auch wichtig. Warum ist das? Also ich kann das ja gar nicht. Ich kann das ja gar nicht sehen hier physisch. Wie soll das gehen? Okay, kein Problem. Ich werde das nur halt so fragen bei der Aufzeichnung. Wenn Sie nein sagen, dann sage ich die Telefonnummer, weil die Telefonnummer ist ja auch wichtig, wenn Sie ein paar Fragen haben und uns ja auch anrufen möchten. Ja, na gut. So, dann fange ich mal an. Ja. Zu Ihren unserer Sicherheit wird das Gespräch aufgezeichnet. Wenn Sie damit einverstanden sind, dann soll ich bitte so nett und bestätigen dies mit einem deutlichen Ja. Ich bestätige. Mit einem deutlichen Ja, bitte? Ja, bitte. Lieber Herr Deckredschow, können Sie auf dem Display Ihres Telefons die Nummer erkennen, unter welcher ich Sie anrufe? Nee, das habe ich doch schon gesagt. Ich habe sowas gar nicht. Okay, kein Problem. Dann gebe ich Ihnen jetzt die Nummer. Die Nummer lautet 0163 23 99 570. Ja. Mein Name ist Janik Schönfeld von der Firma Media Call Center. Heute ist der 20.06.2023. Es ist jetzt 10.52 Uhr. Ich spreche mit dem Herrn Dorian Deckredschow. Sie ist nicht geboren am 16.09.1944 und Ihre Anschrift ist Kriegstraße 133. Sind die Angaben soweit richtig? Das ist korrekt. Mit einem deutlichen Ja, wenn es richtig ist, Herr Deckredschow. Nochmal bitte? Was war die Frage? Wenn die Angaben richtig sind, mit einem deutlichen Ja bitte. Ja. Können Sie mir bitte zur Verifizierung einmal die Postleitzahl und den Ort nennen? Oh, jetzt wird es spannend. Ja, das ist Karlsruhe, Mühlburg heißt der Ortsteil. Ja. 7, 6, 1, 5, 8. Nochmal bitte? Bitte? Nochmal die Postleitzahl bitte. Ja. Ja, 7, 6, 1, 8, 5. Dankeschön. Sie haben sich für die Zeitschrift das Goldene Blatt als kostenlose 6-Wochen-Schnupphaber der Firma ADM Medienpress Hamburg MbH entschieden. Das heißt, Sie lesen die ausgewählte Zeitschrift ganze 6 Wochen komplett gratis und erhalten zusätzlich als Dankeschön einen Urlaubsgutschein von Holdetours 24 in über 50 Euro. Die Nutzung und Einlösebedienung können Sie auf der Homepage von Holdetours 24 einsehen. Möchten Sie nach Ablauf der kostenlosen 6 Wochen die Zeitschrift weiter zum Regelungpreis von 2,70 Euro, wenn die Ausgabe bezieht, brauchen Sie nichts weiteres unternehmen und Sie erhalten Ihre Wunschzeitschrift gesamt für 12 Monate. Wenn Sie einen anderen Zeitschrift wünschen oder diese nicht mehr beziehen möchten, geben Sie uns innerhalb der ersten 6 Wochen schriftlich Bescheid, denn wir gewähren Ihnen ein verlängertes Widerrufsrecht von 43 Tagen ab Erhalt der ersten Ausgabe und alles, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, werden Sie in den nächsten Tagen noch einmal schriftlich erhalten. Damit Sie auch alles in Ruhe noch einmal nachlesen können. Unsere hochrufbarer Hotline-Nummer lautet 0163 23 99 570. Ich bedanke mich noch einmal für den Vertrauen hinter Deckredschow und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Ich widerrufe. Tschüss. Stopp, ihr seid Betrüger. Ich habe die Nummer gegoogelt und du bist live im Internet gerade. Ich verarsche dich die ganze Zeit. Dieses mieses Scheißpack. Guck dir das an. Da sagen sie ja Umfrage und es gibt ein Geschenk, dann haben sie deine ganzen persönlichen Daten und so nach dem Motto, ja nach der Aufnahme, dann bleibe ich auch nochmal dran und wir können nochmal reden. Denn die wollte jetzt nur diese Aufnahme als Vertragsbestätigung. Und es ist ganz klar, nach welcher Masche das hier geht. Leute anrufen, ein bisschen schleimen, die können sich mal auskotzen über die Rente und die Politik und hinterher so ein Zeitschrift, ein Abo von der türkischen Zeitungsmafia an der Backe. So funktioniert das auch 2033 noch. Ich packe die Telefonnummer nochmal mit in die Beschreibung. Könnt auch gerne nochmal aktiv bei Telos und Co., wenn ihr diese Nummer eingebt, auch nochmal eine Negativbewertung dalassen. Die gehen so aggressiv mit dieser Nummer um. Da sind zig hunderttausende schlechte Kommentare von Spam und Betrug und Bedrohung und Beschimpfungen von den ganzen Leuten dabei. Dass man hier ganz klar sagen kann, das waren Telefonbetrüger. Ganz liebe, nette, auf Töchterlein tuende Telefonbetrüger. Danke, dass ihr dabei wart.